Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. Heute mal eine neue Herausforderung. Äppische Aufträge Woche 2, weil es ist ja eine neue Season, deswegen es war erste Woche und jetzt die zweite Halt. Und zwar sammle Sprühdosen in Lagerhallen von Dirty Dogs oder in Garagen in Playsen Park. Garagen von Playsen Park. Also ich werde alle, also ich werde die beiden in Dirty Dogs machen. Da steht unten, soll man oder. Also kann man diesen Playsen Park Ort oder Dirty Dogs. Ich gehe durch die Dogs. Auf jeden Fall auf der Karte auf jeden Fall, ganz genau. Hier, da sind zwei Sprühdosen und hier eine, wer verschiedene machen will. Aber das sieht auch, wenn ihr gleicher Haushalt seid. Und die nächsten sind hier in Garagen von Playsen Park. Aber ich gehe für die Dogs. Und ja, zwei Stück müssen wir, 30.000 XP. Ich würde aber sagen, sie sind es gleich und wir in eine Runde sind. Bis gleich. Ja Leute, hier sind es schön in einer Runde. Und die ersten zwei Sprühdosen, was wir direkt hier abgeschlossen haben, ist auf jeden Fall in den, äh, blauen Lagerhallen. Ähm, ja. Oh, jetzt habe ich für einen Jump gemacht. Okay, kommen wir zur Herausforderung. Geht unten durch oder hier, ist sie aber hier. Also hier ist der Eingang. Ihr geht einfach hier rein. Geht so. Hier findet ihr die erste Sprühdose. Ja, ihr geht rein. Und dann ist hier die erste Sprühdose. Und sammeln. Zack, eins von zwei. Und die zweite ist auf jeden Fall hier. Geht einmal hier und zack. Seht ihr, sie ist die zweite Sprühdose. Zack, sammeln. Und ja, das hat sich erledigt. Ich hoffe, dass dir das auf Golf gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst Glocke, dass keine Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, das war's nur mit dem Video. Und ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss. Tschüss.